Im berühmten Hotel Bachmeier am Tegernsee, da logieren ja bekanntlich viele prominente Gäste aus aller Welt. Extra-Wünsche sind da an der Tagesordnung. Doch einen Staatsgast mit echtem Kamel hat man bisher auch dort nicht empfangen. Bisher. Na, ist ihr? Grüß Gott. Grüß Gott, Ihr Moser, Bayerische Staatskanzlei, Protokollarabteilung. Wir hätten einen hohen Staatsgast bei Ihnen einzuquartieren. Und zwar kommt der aus dem Jemen, da haben Sie ja große Erfahrung damit. Da sind wir gut mit dabei, ja. Botschaftsrede, alles Mögliche haben wir da gehabt. Okay, das ist der Scheich Ahmed Alhaga Izen bin Omar. Also Ahmed Alhaga Izen bin Omar. Izen bin Omar, jawohl. Genau, ja. Also der Mann ist für uns ganz wichtig, deswegen müssen wir da schauen, dass sich der wohlfühlt. Der bringt seine sieben Lieblingsfrauen, bringt er mit. Aber jetzt kommt es noch. Mich erschreckt nichts. Der Scheich hat nämlich ein Lieblingskamel und das nimmt er überall mit. Das kann man nicht machen. Naja, nicht ins Zimmer. Für uns ist wichtig, dass der kommt. Und dieses, dieses... Ich sage Ihnen einmal, das Kamel heißt Sierra Shichana. Das heißt so viel, glaube ich, wie Wüstenwind und das ist sein Lieblingskamel. Also da würde er eher noch auf seine Lieblingsfrauen verzichten, habe ich gehört. Und dieses Kamel müssen wir irgendwo unterstellen. Tiefgarage oder sowas. Haben wir? Ja, dass wir da was freiräumen. Das können wir machen. Dann stellen wir es da irgendwo dazwischen. Ich glaube, das hat schon ganz woanders dazwischen gestanden, soweit ich mich erkundigt habe. Was braucht denn ein Kamel bitte für einen Lebensraum? Also 10 Quadratmeter oder sowas? Ja, so wie der Pferd in etwa. Ja? Also vom Fressen her auch. Wie so eine Pferdebox, ja? Ja, genau so ähnlich. Ich habe mir sagen lassen, also das Kamel, das frisst auch Feigen, Datteln und Äpfel neben Stroh. Dass wir da vielleicht so ein paar Schalen bereitstellen. Also es soll schon dekorativ, es soll schon ein bisschen was hermachen. Ja, dann machen wir dem halt da unten irgendwie. Das würden wir schon kriegen. Also das, ich denke schon im Hinterkopf mit, was wir da alles machen könnten. Ja, erzähl es einmal. Ja, da muss ich mir erst schauen, ob wir da irgendwie eins von unseren mobilen Gartenhäusern da dann aufstellen. Sehr gut. Im Januar ist es ja relativ kalt. Das ist eiskalt. Das ist das Kamel natürlich nicht gewohnt. Ja, nur die Tiefgarage ist fast genauso kalt. Und die können wir auch nicht heizen, das ist das Problem. Können wir da so Heizstrahler hinstellen? So Heizstrahler. Wir haben so Außenstrahler im Sommer, wenn wir so Sommerpartys machen. Super, damit sich das Tier wohlfühlt. Und auch unser hoher Gast. Richtig. Sie haben doch in der Tiefgarage bestimmt wie so Nummernschilder. Richtig. Genau. Könnte man da eins drucken lassen für das Kamel? Natürlich. Das wäre ja super. Der kriegt der Eckerl. Da können wir da unten schon so ein bisschen ein Heckmeck machen. Super. Und ein paar falsche Balmerl aufstellen. Ganz. Ein Palmen wäre gut. Genau. Und ein bisschen Sand. Ah, da fühlt sich das Kamel wohl. Palmen, Sand, Beleuchtung und Beheizung. So. Jetzt darf ich einmal bitte Ihre Nummer haben. Die Nummer vom Bayerischen Rundfunk vom Spaß-Telefon. Ah ja. Ist in Ordnung. Wer hat mich denn da reingesteckt? Ich habe nämlich neulich schon mal... Kennen Sie einen Klaus Rest? Ach du liebes Götchen. Ja, den kenne ich. Den kennen Sie gut, gell? Aber muss ich wirklich sagen, größtes Lob an Ihre Redaktion, das war hervorragend.